Jo, sehr Freunde. Er ist jetzt heute für schon ausgebildete Elektriker oder in der Ausbildung, die sollten das alles kennen. Ich wollte es euch einfach nur mal zeigen. Und zwar habe ich jetzt, ich war neulich, oder neulich ist bestimmt schon ein paar Wochen her, bei einem Kunden und der hat mir dann einfach gesagt, dass ich so eine Steckdosenleiste mitnehmen kann. Die ist kaputt, kann ich eh nichts mehr benutzen. Die haben irgendwie das Kabel kaputt gemacht. Die sind hier, also das habe ich jetzt vorhin mal abisoliert, weil ich mal reinschauen wollte, ob da alles in Ordnung ist. Aber die haben das irgendwie, keine Ahnung, die haben kaputt gemacht. Das war auf jeden Fall so abgetrennt. Und jetzt nehme ich euch mal mit, wie ich einfach so einen Stecker montiere, um das wieder zu reparieren. Genau, was wir dafür brauchen, das Werkzeug, was wir dafür benutzen. Also, das ist die Kabelschere von Knipex. Eine Krimzange von Rennsteig. Finde ich übel gut. Du kannst damit sogar doppelt 10² präsent. Steht zwar nicht drauf, aber passt rein. Die wird auch verlost, unter anderem bei dem Gewinnspiel, wo ihr alle Bescheid wisst. Es ist ja so, wenn ich die 1000 Abonnenten knack, dann kommt ein Gewinnspiel hoch. Für, ich glaube 450 Euro waren angedacht, aber mittlerweile ist vielleicht schon mehr. Ich bin gerade am überlegen mit einer Firma, dass die sich noch beteiligen. Wäre noch besser für euch. Die kostet, glaube ich, schon allein 120 Euro. Ein Kabelmesser oder einen Dosenabmantler. Ja, eine automatische Abisolierzange. Wird auch verlost von Garant. Und ein Schlitzschraumbendreher. Oder Zieher, sage ich eigentlich, aber es wird ja oft bemängelt. Und Aderentülsen. Ja, ich habe jetzt hier längere, aber das ist egal. Ich hatte leider jetzt nur noch die da und die muss man so und so kürzen für so einen Stecker. Ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich gehe da immer so vor. Ich nehme mir den Stecker, drehe den erst mal hier auf. Ihr müsst jetzt nicht genau den nehmen, aber ich hatte jetzt halt den einfach rumfliegen. Mach mir das auf, um mir das Ganze erst mal anzuschauen. Okay, hier ist die Zugentlastung. Das sind die Schrauben. Genau. Die drei ich irgendwas auseinander schraube. Dann stecke ich es wieder rein oder auch wenn ich etwas entferne, dann drehe ich erst immer die Schraube wieder rein, dass es einfach nicht verloren geht. Ja, dann nehme ich mir die Leitung. Ähm, ich mache es jetzt meistens so. Ich nehme einen Seitenschneider oder Kabelschere. Ja gut, mit der habe ich es jetzt noch nicht oft gemacht. Da muss ich mal schauen, wie das geht. Und versuche das abzuisolieren. Genau. Jetzt habe ich hier schon einen kleinen Schnitt drin. Bei Gummischlauchleitung immer ein wenig doof. Aber man kann auch einfach das Kabelmesser benutzen. Und man muss halt hier ganz vorsichtig sein, dass es nicht so wie nimm, dass es so einen harten Mandel hat. Sondern, ähm, diese, der Gummischlauch, der reißt dann irgendwann. Und wenn du nicht aufpasst, schneidest du dann in die Dinge rein. In die, äh, Isolierung. Und das ist ja dann auch nicht gut. Genau. Dann haben wir das schon mal getrennt. Isolierung nicht verletzt. Passt. Ähm, genau. Dann nimmt man das Gehäuse. Das vergessen immer viele. Das passiert mir auch so oft. Steckt es als erstes durch das Gehäuse durch und fangt dann das Vertraten an. Genau. So. Das könnt ihr auch nach hinten schieben. Man hat ja genug Platz dafür. Dann nehme ich mir hier äh, den Stecker. Schauen wir mal, okay, ja. Ich lasse immer ein bisschen Reserve, aber sagen wir mal, ja, hier schneide ich es mal durch. Dann nehme ich hier meine automatische Abisoliertange. Und isoliere hier wirklich Ader für Ader ab. Dann kommen die drei Ader enthülsen ins Spiel. Wirklich, das ist ganz wichtig. Ader enthülsen. Ohne Ader enthülsen. Das ist eine Schraubverbindung. Kann sein, dass sich irgendwann die, ähm, der Kontakt löst. Und dann hast du absolute Brandgefahr. Also, ohne Ader enthülsen zu arbeiten, ist da absolut fahrlässig. Und es ist einfach nur Pfusch. Ähm, nicht verdrehen. Also nicht verdrillen. Minimal drehen ist in Ordnung. Dass man halt hier einfach die, äh, 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 schön reinbekommt. Ähm, wie gesagt, die Ader enthülsen sind jetzt ein bisschen länger. Ist halb so wild. Weil die muss man so und so kürzen, weil die anderen sonst zu lang sind. Die stecke ich jetzt hier drauf. Nehme mal der, ähm, Krimzange. Und die kannst du auch hier so einstellen. Die hat 10 und 16 zum Einstellen. Das ist aber, ja, man kann es auch immer auf 16 lassen. Man muss halt ein bisschen weiter drücken. Führ die einfach ein und krimse. Du kannst jetzt vorne auch. Das mache ich jetzt mal. Aber es bringt eh nicht viel. Weil vorne wird sie dann hier einfach zusammengedrückt. Weil da nichts mehr ist. Und wirklich schauen, dass das ganz hinten ist. Und, ja. Schauen jetzt mal, wie weit die Ader überhaupt reingeht. Also die Ader enthülse. Dafür einfach mal aufschrauben. Muss ja sowieso aufgeschraubt werden. Und dann siehst du, das war noch nicht ganz genug. Dann siehst du ja, da kannst du schon mal da nehme ich immer hier einen Seidenschneider und schneide es jetzt mal hier weg. Dann habe ich noch so viel. Oh, das hat ihn gescheit geschnitten. So. Jetzt aber. Und dasselbe dann mit den anderen auch. In meinem Fall kann ich den PE jetzt länger lassen hier, weil hier einfach kein Ende ist. Also das würde dann hier bis hier hinten hin schieben. Ja, ich mache es aber dort zum Stück kürzer. Und wichtig zu beachten, es ist ein ortsveränderliches Betriebsmittel. Das heißt, wenn da einer hängen bleibt und reißt die Adern raus, dann ist es wichtig, dass der PE als letztes abreißt. Bevor jetzt schon irgendjemand in die Kommentare schreibt und sagt, du hättest den PE länger lassen müssen, das stimmt nicht. Das ist Schwachsinn. Und das liegt einfach daran, dass hier der PE schon künstlich länger ist. Also das, was durch das Längerlassen vom PE hier bezweckt wird, ist hier schon eben der Fall. Klar kann man nochmal machen, aber ist dann unnötig. Ich schaue jetzt hier noch die anderen auf. Zugentlastung auch, ganz wichtig. Die Zugentlastung braucht man, dass man eben das Kabel oder die Leitung nicht aus dem Stecker oder rausreißen kann. Zumindest, dass sie dann nicht den Kontakt verlieren. Ein bisschen aufmachen, das geht jetzt hier ein bisschen schwer. Braucht noch ein bisschen. Und jetzt schiebt man mal die Leitung durch. Genau, das passt so. Und jetzt einfach schön anziehen. So, das ist fest. Und jetzt klemmen wir den Stecker an. Ich würde gleich zum wichtigsten Punkt, das ist der PE. Ganz klar gehört in die Mitte, dass die hier schon mal Kontakt haben. Da habt ihr jetzt eine andere Verbindung. Hier, wenn man überlegt, da hat man so eine Box, so eine Buchse, wo wirklich das Kabel drin ist und die Schraube drauf drückt, hier hinten. Aber hier klemmst du den PE unter den Schraubenkopf ein. Und da müsst ihr mal schauen, wenn sich jetzt hier die Schraube bewegt, auf der einen Seite links dreht sich das nach rechts. Und wenn du rechts bist, dreht sich das auch nach rechts. Aber es würde die Ader rausdrücken. Deswegen, wenn du die Möglichkeit hast, immer so rum festdrehen, dass du wirklich sagen kannst, dass die Aderenthalse wird mit reingedrückt. Hier jetzt in dem Fall. Die wird jetzt nach innen mitgedreht. So, wie gesagt, den PE, das Wichtigste haben wir schon angeklemmt. Jetzt geht es um die neutralere und die Phase. Wieso man das anklemmt, ist ja bei Wechselstrom bekanntlich egal. Ich denke mal, das wird euch allen klar sein oder soll ich da mal ein extra Video zu machen? Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Das ist hier immer ein bisschen Gfummel. Da nehme ich jetzt auch ganz gern mal eine Spitzstange dazu. Aber das geht schon so jetzt. Ich habe jetzt eh keine parat. Also da müsste ich jetzt erst eine holen. Da am besten schon vorher die Schrauben aufmachen und dann kannst du hier ganz vorsichtig die Ader reinführen. die ist bis zum Anschlag drin. Mit dem Finger halte ich sie jetzt fest und drehe hier den Kontakt, also die Schraube fest, damit ein Kontakt gegeben ist. So, ich habe es jetzt schon leicht angedreht. Jetzt muss es nichts mehr festhalten und kann schon mal mehr Druck auf die Schraube bringen. Ja, passt. Und passt auch. Genau. Jetzt geht es drum. Hier drauf achten. Bei meinem Stecker ist es bedingt verpolungssicher. Also, dass ich nicht richtig drum reinmachen kann. Ich habe halt einfach hier das Gewinde und hier die Schraube. Drücke ich jetzt hier rein. So drauf achten, dass man hier das sieht. Weil das ist ganz wichtig. Sonst hast du zwar zwischen den Kontakt, also hier den PE-Kontakt und an der Steckdosenleiste die Schutzleiterfunktion. Wenn das aber kein Kontakt mit der Steckdose hat, dann hast du überhaupt keine Funktion. Das wollen wir ja nicht, weil das ist ja das Wichtigste. Dann einfach hier noch festdrehen und voila. Ich habe jetzt wieder eine Steckdosenleiste, die repariert ist. Die kann ich mir jetzt wieder in mein Arbeitszimmer legen und genau. Und auch immer so eine Sache bei so Gummiabdichtungen immer darauf achten, dass es nicht so ist. Ich versuche es jetzt mal falsch zu machen. Das, ja, kriege ich jetzt nicht hier hin. Das geht besser bei so Steckdosen und Aufputz. Dass der Kraken immer so nach außen schaut, wie es jetzt hier ist. Immer schön nach außen. Hier ist es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn es jetzt nicht wäre, weil das meistens in Bewegung ist und eh so steckt. Wenn es mal so steckt, dann haben wir das Problem. Wenn es jetzt regnet, dann sammelt sich hier das Wasser. Also, wenn es jetzt nicht so nach oben wäre, sondern nach unten reingeht, dann haben wir hier Wasser drin. Deswegen einfach am Ende nochmal ein Stück ziehen und dann blockt das eigentlich wieder raus. Und so soll es sein. Hier kann sich kein Wasser ansammeln, das läuft jetzt alles weg. Natürlich, eine Steckdose Leiste hat nichts im Regen zu suchen, aber zum Beispiel eine wasserdichte Aufputzsteckdose oder was auch immer. Genau, das war es mit dem Video. Wie gesagt, denkt dran, bei 1000 Abonnenten kommt ein Gewinnspiel online und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst doch mal einen Kommentar und ein Like da und viel Spaß. Servus. Ja, das war es mit dem Video. Ich habe es mit dem Video. das war es mit dem Video. Ja, ich habe es mit dem Video. Vielen Dank.